Ja, hallo liebe Leute, die meisten kennen mich. Wir machen wieder mal so einen kleinen TSÖ-Tag. Heute dabei der Stefan Binder vom Standard und der Tobias Lang, der Autor von Die Drusen in Libanon und Israel, der reißerische Titel. Und wir werden heute ein bisschen über die Drusen und allgemein über den arabischen Frühling in den Nahen Osten reden. Okay, dann würde ich mal an Tobias bitten, dass er mal uns ein bisschen was über die Drusen erzählt, da würde ich mal so einen Einstieg haben und danach gibt es die Fragen meinerseits dann einfach. Ich mache mal die Basics und du stoppst mich damit. Das hatte ich sowieso gemacht. Okay, also danke fürs Kommen, danke Herrn Thiemer für die Einladung. Mein Buch, Die Drusen in Libanon und Israel, ist aus meiner Diplomarbeit entstanden. Ich habe meine Diplomarbeit in Politikwissenschaft geschrieben und habe den religionswissenschaftlichen Teil möglichst kurz gehalten. Ich habe trotzdem versucht, die Basics zumindest reinzupacken.